Wir sind hier am Foresterdent Stand und die Firma Foresterdent stellt kieferorthopädische Materialien her, in erster Linie für lose und feste Zahnspannen. Wir präsentieren hier das Mikro-Spin-Bracket, das derzeit kleinste Bracket der Welt, ein konventionell legierbares Bracket, auf das wir ganz besonders stolz sind. Das Besondere ist eigentlich, dass wir trotz der geringen Größe alle Produktmerkmale in diesem Bracket haben, die man eigentlich von einem normal großen Bracket erwartet. Wir bauen in unserem Stammwerk in Pforzheim einen Neubau und verdoppeln sozusagen unsere Produktionsfläche, um gerüstet zu sein für die Zukunft und steigende Nachfrage nachzukommen.